Mein Name ist Dirk Böckmann. Ich komme aus Düsseldorf. Ich bin Vorstand einer Unternehmensberatung im Bereich Analytics. Ich bin jetzt zwei Tage hier. Am Anfang war ich doch zurückhaltend. Es ging doch relativ intensiv los. Aber aus zurückhaltend ist letztendlich Zutrauen, Vertrauen und Kreativität geworden jetzt im Laufe der Tage. Ich bin gespannt, wie es weitergeht.